Ich habe mir hier so ein Podium gebaut, ich hoffe, das stört nicht. Ich fange an mit einem kleinen Video, das ist mir persönlich sehr wichtig. Ja, wir mögen immer irgendwas hacken können, aber die Zuverlässigkeit und Sicherheit des neuen Personalausweises steht nicht in Frage. Da haben wir alle gut gelacht drüber in Deutschland. Aber eigentlich wollen wir da ja hin. Das ist, finde ich, eine gute Zieldefinition. Wir möchten gern wohin, wo wir schlafen können, auch wenn Hacker irgendwas hacken können. Okay, also ich bin ein Security Consultant. Mein Hauptarbeitsgebiet ist Source-Code-Audit. Von irgendwelchen Leuten lese ich den Quellcode und meckere dann rum. Man könnte sagen, so ungefähr wie hier. Aber häufig, wenn ich gerufen werde, ist es schon zu spät. Und da gucke ich dann, was ich noch machen kann. Aber so, das ist mein Arbeitsgebiet. Es geht aber hier eigentlich nicht um mich, sondern es geht um den Inhalt. Und da würde ich gleich warnen wollen, es gibt herkömmliche Vorträge, die haben so ein klares Ziel und eine klare Struktur und folgen dem. Und das ist aber kein solcher Vortrag hier. Sondern ich habe mir gedacht, Softwareentwickler sind ein bisschen wie Drogenabhängige. Die sind aber nicht von der Substanz abhängig, sondern vom schnellen Erfolg und sind deswegen willens, Abkürzungen zu nehmen. Und viele Security-Probleme kommen von solchen Abkürzungen. Und da dachte ich mir, was macht man mit Drogenabhängigen? Die müssen selber darauf kommen, dass sie sich ändern müssen. Das reicht nicht, wenn ich hier vorne stehe und sage, so, so, so. Deswegen ist dieser Vortrag ein Versuch, meinen Weg zu skizzieren, den ich genommen habe, bis ich dahin gekommen bin, dass man die TCP minimieren sollte. Gut, also ich hoffe, das funktioniert. Wir werden sehen. Wenn der Nachbar so gleichmäßige Atemgeräusche von sich gibt, dann ist es immer doof, der Slot nach Mittagessen, aber wir machen mal. Gut, eigentlich ist das alles nicht so schwer. Es ist keine Raketentechnologie hier. Aber ihr müsst schon ein bisschen aufpassen. Und ich versuche das zu machen, wie man eigentlich auch bei Regisseuren sagt. Show, don't tell. Also nicht irgendwie, so ist es, sondern selber drauf kommen. Der Nachteil ist, da müsst ihr halt aufpassen. Gut, wir versuchen es mal. Also, wir liegen so ein bisschen wie ein griechisches Drama in verschiedenen Akten. Unser Protagonist ist ein Lamp-Stack. Den kennt hoffentlich jeder und setzt hoffentlich niemand mehr ein. Aber es geht hier nicht darum, irgendjemandem mit dem Finger zu zeigen, sondern es ist nur ein Beispiel. Es geht hier um Konzepte. Also ein Lamp-Stack, Apache, PHP, MySQL, Linux. Alles Blümchenwiese, nicht direkt. Da gibt es nämlich die bösen Hacker. Und deswegen machen wir einen Security-Push. Das ist jetzt so eine historische Betrachtung. Wir haben einen Security-Push gemacht. Das ging los so vor 15, 20 Jahren. Wir gehen ins Trockendock. Fangen an zu basteln. Ja, Jahre vergehen. Wir werden so ein bisschen älter auf dem Weg. So, was haben wir denn erreicht mit unserem Security-Push? Gucken wir mal, ja. So, Full-Disk-Encryption, das ist ja super. So, Hardening. MySQL läuft nicht mehr als Root. Total geil. PHP läuft auch nicht mehr als Root. Alles grün. Ja, und Apache ist auch gehadent. Und da könnte man denken, fertig. Ja. Ist aber nicht. Woran würden wir denn erkennen, dass wir fertig sind? Das ist eins der Kernprobleme in der Security. Es gibt keine guten Metriken. Und daher versuchen wir jetzt mal, eine herzuleiten. Ja. Kein Problem. Und einer der Versuche früher war, dass man sagt, okay, wir sind absolutistisch im Anspruch. Wir machen eine formale Verifikation von der Software. Und die Software war im damaligen Kontext der Kernel. Ja, von so einem Betriebssystem. Und das Paper, in dem der Begriff TCB erfunden wurde, ist von 1981, das ist also schon gut abgehangen, von jemandem aus dem Militär damals, das britische Militär. Der hat auch für die Amerikaner gearbeitet. Das ist jetzt also nicht, keine britische Erkenntnis. Ja, das Paper war auch direkt öffentlich, soweit ich weiß. Das ist also kein irgendwie frisch deklassifiziertes. Aber man hat damals im anderen Umfeld gearbeitet. Ja, früher war es, ganz früher war es so, der Computer führt das Programm raus. Und das Programm hat man so mit DIP-Schaltern oder mit irgendwelchen Switches. Später mit Lochkarten einprogrammiert. Später gab es dann die Trennung in Kernel. Timesharing, es gab User. Und es gab Programme pro User. Und da kam dann die Frage, reicht das denn, wenn wir einen Korrektzeitbeweis vom Kernel haben? Das war die Frage, in der es in diesem Paper ging. Ja, und die Einsicht war, wir haben auch sowas wie Login. Login fragt nach dem Passwort, checkt das Passwort. Das gehört eigentlich auch dazu. Ja, und das ist die Idee. Ich habe jetzt hier so einen Begriff. Ich habe hier ein paar Zeilen rauszitiert. Ich glaube, das müssen wir nicht im Detail lesen. Aber das Wichtige ist, der Begriff Trusted Computing Base ist damals gefallen und das ist abgekürzt TCP. Darum geht es. Trusted Computing Base ist die Summe der Komponenten, auf die wir uns verlassen im laufenden Betrieb. Das sind nicht die guten Komponenten, das sind die, wenn die nicht gehen, sind wir komplett im Eimer. Und das ist der Kernel plus ein paar andere Sachen in der damaligen Perspektive. Und es stellt sich raus, da kann man eine schöne Metrik daraus ableiten. Im Laufe der Jahre hat sich herausgestellt, Software wird schneller größer als RAM, größer wird und formelle Korrektheitsbeweise waren damals schon schwierig und teuer. Das Militär hat tiefe Taschen, aber der Ansatz ist weitgehend verloren gegangen. Heute macht man lieber so einen Pentest und einen Audit. Und ich zeige da auf niemanden, das mache ich auch. Aber ein Audit oder ein Pentest ist nie so gut wie ein Korrektheitsbeweis. Eigentlich würde man das haben wollen. Aber die Konzepte kann man eigentlich übertragen. Dass man sagt, okay, das ist das Wichtige. Wenn man so einen Pentest oder einen Audit macht, hat man das Risiko, dass man möglicherweise nicht das Produkt testet, sondern den Tester. Wenn der was kann, kriegt man gute Findings. Wenn nicht, dann halt nicht. Das heißt nicht, dass der Code gut war. Das heißt, das ist ein generelles Problem. Und hier überhaupt eine Metrik zu finden, ist sehr schwierig und bisher meines Wissens nicht gelungen. Und der Aufwand steigt eben auch überlinear. Je mehr Code man hat, desto mehr Cross-Referenzen gibt es im Allgemeinen. Das heißt, wenn wir hier versuchen, TCB anzuwenden, generell bei Code jetzt nicht mehr nur Betriebssystem und User-Space-Code, kann man sagen, TCB ist der Code, dem wir trauen müssen. Wenn wir weniger TCB haben, haben wir mehr Security. Das ist sozusagen die Kernthese. Und um das zu illustrieren, habe ich mir gedacht, nehmen wir mal Copy oder Move. Wer Unix-Erfahrungen hat, kennt das. Das sind die Kopierbefehle unter Unix. Das ist ein Programm, das ruft man auf und sagt, kopiere diese Datei nach da. Und der prüft aber keine Zugriffsrechte. Der macht einfach Open. Open ist ein Sys-Call unter Unix und der Kernel sagt dann, darfst du nicht. Das heißt, wenn jemand Copy hackt, kann er sich damit keine Zugriffsrechte erschleichen, weil die nicht von Copy geprüft werden. Der Kernel ist also in der TCB, Copy nicht. Und die wichtige Erkenntnis an der Stelle ist, die TCB ist der Code, der wichtiger ist. Die wollen wir kleiner kriegen und den möchten wir aber auch vollständig auditieren, zumindest perspektivisch. So, ich wiederhole mich hier ein bisschen, weil das echt wichtig ist und weil viele Leute das immer noch falsch verstehen. TCB ist nicht der schöne Code, dem wir vertrauen können. Das ist der Code, dem wir vertrauen müssen. Wenn wir dem nicht vertrauen können, dann gibt es Probleme. Macht die auch noch ein bisschen. Die Optik ist immer gut. Das ist ein schönes Beispiel. Wir haben hier einen Angreifer und wir haben hier eine TCB. So muss man sich das vorstellen. Oder hier auch typisches System, groß, komplex und es gibt aber eine relativ kleine TCB. Und da ist der Auditor. Also das Ziel und die Metrik ist, die TCB zu minimieren. So und das Schöne daran ist, wenn man eine Metrik hat, dass man von so Theater wegkommt und es gibt eine Menge Security Theater. Die Snow Globes am Flughafen sind so einer der Klassiker an der Stelle. Aber es gibt objektiv viele Sachen, die in großen Firmen gemacht werden, die nichts bringen. Und eigentlich war es auch vorher schon klar, aber man wollte eigentlich auch nur zeigen, dass man was Schönes gemacht hat. Und eine der Versprechungen von TCB-Minimierung ist, dass man jetzt endlich eine Metrik hat und sagen kann, okay, das bringt nichts, das machen wir nicht. Das ist so ein bisschen schwieriger, als es aussieht. Als Beispiel würde ich mal eine Firewall nehmen. Vorher in der TCB die ganzen Router, die ganzen PCs, also so eine typische Firma oder von mir aus Uni. Und jetzt machen wir als Maßnahme eine Firewall drumherum. Und wenn man hinter der Firewall noch Mails lesen kann und Web klicken kann, hat man nichts gewonnen. Im Gegenteil, man hat jetzt in der TCB die Router, die PCs und die Firewall. So, in diesem Sinne ist das als Metrik zu verstehen. Einen kleinen Witz am Rande. Gut, kommen wir zum zweiten Aktiv. Man stellt sich sowas hervor wie so einen schönen Käse. Man hat außenrum eine dünne Schutzschicht und drinnen ist alles super. In der Praxis sieht das eher so aus. Ja, was kann man denn messen? Wir haben ja vorhin unser Beispiel mit dem Lamp-Stack gehabt. Den messen wir doch jetzt mal. So, alles ist grün. Was haben wir denn erreicht? Der Kernel ist natürlich immer noch an der TCB. Der ist also nicht grün, der ist rot. So, schon mal nicht gut. Ihr ahnt schon, wo es hingeht. Aber braucht ein bisschen. So, ich muss leider ein bisschen auswollen an einigen Stellen. Es geht so, gehen wir mal zurück in die 80er Jahre. Da gab es Multi-User-Systeme und Terminals. Und ein Terminal war über eine Leitung verbunden. Heute sind wir über Paket verbundene Netze miteinander verbunden. Es gibt keine Verbindung mehr. Das ist eine Illusion. Aber, das ist nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte. sondern die Software lief auf demselben Rechner. Die Datenbank und die Anwendung waren damals noch nicht so getrennt. Das Stichwort war ISAM damals. Und wir haben User-IDs eingeführt, also Accounts im Betriebssystem, um User A und User B voreinander zu schützen. UIDs. UIDs. Tolle Idee. So, wie ist denn das heute? Keine Terminals, die kommen über HTTP rein. Die Anwendungen laufen alle unter der gleichen UID. Datenbank ist jetzt getrennt. Immerhin. Unser Ziel ist dasselbe, aber was haben wir denn erreicht? Eigentlich nichts. Im Gegenteil, ein Rückschritt. So, wir haben zwar die UIDs, aber die trennen nicht mehr die Benutzer voneinander, sondern die trennen technische User voneinander. Geht noch weiter, nehmen wir mal Passwörter. Das ist ein Problem aus den 80ern, das wir heute auch noch haben. die Sorge bei Passwörtern sind, dass die verloren gehen, dass die jemand abgreifen kann. Und damals hat man gesagt, okay, dann machen wir eine Trennung, wir machen eine Datei, die etc.passwd, da steht alles drin, aber das Passwort eben nicht. Und dann gibt es etc.shadow, das darf nur root lesen und da stehen dann die Hashes der Passwörter drin. So, Kompartmentalisierung ist eine der Vorträge heute genannt. Heute haben wir im Grunde dieselbe Sorge, aber keine der Lösungen von damals durch diese technischen User. Wir packen die Daten einfach in eine Datenbank und dann haben wir ein PHP und dann ein Patchy und wir dürfen eigentlich alles. Und da muss man eigentlich sagen, das ist nicht gut. Und ich finde, dass es wichtig ist, an der Stelle nochmal zu überlegen, was wir eigentlich schützen wollen. Die Daten wollen wir schützen. Wir wollen nicht unser System schützen. So groß rumharden Dingen bringt ja nichts, wenn der Angreifer gewonnen hat, wenn er die Daten rauslutschen kann. Ob der dann auch noch einen Backdoor auf meinem Server installiert, ist doch egal, ist schon alles kaputt. Also es gibt viel Theater in die Richtung, die Sachen schützt, die gar nicht die schützenswerten Daten waren. Aber das ist eine der zentralen Einsichten in diesem Talk. Es geht eigentlich um die Daten. Und entsprechend müssen wir unsere Perspektive und unsere Methik anpassen. Und was sie schnell rausgestellt hat, ist, dass die TCB kein absoluter Begriff ist, wie bei ihrer Vorstellung. Sondern die TCB ist relativ zu einem Angriffsszenario. Oder ein Bedrohungsszenario, habe ich es nicht genannt. Also gucken wir nochmal weiter in unserer schönen Grafik. MySQL ist immer noch in der TCB, weil der den Zugriffsschutz macht. Das machen wir nicht mehr auf Systemebene. Das heißt, der Kernel macht das nicht mehr, das macht jetzt die Datenbank. Die ist also in der TCB. Die könnte als Root laufen. Und das wäre genauso schlimm. Wer jetzt MySQL ein bisschen im Blick hat, was da so an Sicherheitslücken über die Zeit kam, das ist eine harte Aussage. Die könnte als Root laufen und es wäre genauso schlimm, wie was wir jetzt machen. Aber es geht noch weiter. Ihr ahnt sich ja schon. Aber es geht noch weiter. Wie greift denn PHP auf die Datenbank zu? Und der Standard ist, dass man einen technischen User hat in dem PHP, der darf alles. Und aus Performancegründen gibt es da einen Pool von Verbindungen, die sind vorauthentisiert. Und das heißt, das PHP hat vollen Zugriff auf die Daten. Und daraus folgt, das PHP könnte auch als Root laufen und es wäre genauso schlimm. So, wer jetzt nicht schlecht schläft, ist im falschen Vortrag. Was ist der mit Apache? Ist der denn wenigstens sicher? Und der ist halt auch nicht sicher. Denn der macht SSL-Endpunkt. Das ist auch gut so, dass der Apache den macht. Das Problem wird nicht besser, wenn ich das in der Appliance davor mache. Aber der sieht alle Daten, die durchlaufen. Und der hat wahrscheinlich noch die TLS-Schlüssel. Das heißt, ob der jetzt als HTTP oder Root läuft, ist auch egal. So, das ist der Zustand. Da müssen wir jetzt mal was machen. Und mein Eindruck ist, dass wir unsere Software größer machen, aber nicht besser. Das ist ja schön, wenn man große Software hat, aber es führt halt am Ende nicht unbedingt dahin, wo wir hinwollen. Gut, wir kommen weiter. Dritter Akt. Was machen wir denn jetzt? Also wir haben jetzt verstanden, wir haben ein Problem. Was machen wir jetzt? Erste Idee, und die ist auch gut. Wir teilen mal das PHP auf. Wir machen jetzt ein PHP 1 und ein PHP 2. Alle Lesezugriffe gehen durch PHP 1 und der technische User von dem PHP darf auch nur lesen. Das heißt, wenn da jemand eine SQL Injection findet, in irgendwas, was auf dem ersten PHP läuft, kann er damit nicht Drop Table sagen. Konzept ist klar. Hat das hier schon mal jemand gemacht? Einer? Zwei? Immerhin. Also, das ist eine gute Idee, aber es führt nicht weit genug. Man muss sich immer fragen, was hat das jetzt gebracht? Das ist die eine wichtigste Frage in der IT Security. Was bringt das, wenn wir das tun? Machen wir das, damit es gut aussieht oder haben wir was erreicht? Also es ist gut, SQL Injection in PHP 1 macht nichts kaputt, aber das zweite PHP bleibt in der TCB. Das ist schon mal schlecht. PHP will man eigentlich raushaben aus der TCB. Aber was heißt denn Datenschützen? Heißt Datenschützen nur Schreibzugriff verhindern oder heißt es auch, ich will nicht, dass es einen Dump gibt im Dark Web? Und das heißt es halt im Allgemeinen, dass schon ein Out-of-Bounds-Read von der Datenbank schon ein Totalschaden ist. Und dann ist halt auch PHP 1 noch in der TCB. Und so geht das leider häufiger in der Security. Man macht was, das sieht total super aus und bei näherer Analyse stellt sich raus, hm, nicht so hilfreich. Und dann dachte ich mir, okay, wir lernen von der Telekom, die deutsche Telekom, die weiß, was sie tut. Die haben in den 80ern einen Dienst gehabt namens BTX, Bildschirmtext. Und da haben sie Anwendungen gehostet, zum Beispiel von der Sparkasse, die ist dann vom CCC gehackt worden, deswegen habe ich das hier als Beispiel. Und weil das ein Server der Telekom war, auf dem die Software lief, war die Telekom mit in der Haftung. Das war ein Problem. Ja, heute verkauft die Telekom Netzzugang. Und wenn da jemand gehackt wird, ist das nicht deren Problem. So können wir das auch machen. Ja? Das ist doch super. Und die erste Idee ist, okay, wir verschlüsseln einfach alles. Ja, Kryptografie for the win. Wir verschlüsseln alles. Wir machen die Daten in der Datenbank einfach verschlüsselt ab jetzt. So, das wird verkauft. Also nichts von dem habe ich mir ausgedacht. Das wird gemacht. Wem gibt man denn jetzt den Schlüssel? Es gibt diesen schönen Spruch, Kryptografie ist ein Verfahren zur Umwandlung von allen Problemen in ein Key-Management-Problem. Das trifft auch hierzu. Wer hat denn den Schlüssel? Jetzt kann man sagen, okay, den einzigen Schlüssel gebe ich dem User. Dann bin ich tatsächlich aus dem Schuss. Weitgehend. Also wenn jemand in der Datenbank was unautorisiert gelöscht kriegt, ist immer noch doof, aber jedenfalls kann nichts manipuliert werden oder geklaut werden. Und dann müsste ich aber die Entschlüsselung auch im Browser machen. In JavaScript zum Beispiel. Das ist gut, dann sind alle möglichen Komponenten nicht mehr in der TCB, jedenfalls auf den ersten Blick. Aber ich kann halt auch als Server nicht mehr auf die Daten zugreifen. Und das ist nicht kompatibel mit vielen Business-Modellen. Die, die so funktionieren können, sind so Cloud-Storage und File-Sharing. Hier mega Upload macht so. In einzelnen Fällen kann das akzeptabel sein, aber es ist keine generische Lösung. Wenn man in dem Gebiet rumgoogelt, findet man immer homomorphe Verschlüsselungen. Ich mache mich da seit, ich glaube, 15 Jahren drüber lustig. Das geht nicht weg. Die Idee ist, man verschlüsselt die Daten so, dass aber noch ein Select geht. Und das ist Bullshit. Glaubt dem nicht. Man kann das machen, theoretisch. Man kann Krypto so strukturieren, dass einzelne Vergleiche von Feldern noch gehen, aber dann habe ich die Krypto damit geschwächt. Das ist kein guter Ausgangspunkt. Wenn ich vorher nicht weiß, was ich gern tun will, was ja bei Big Data üblicherweise das Szenario ist, geht das schon mal gar nicht. Also so Urlaubsszenarien gehen gar nicht. Und die Fälle, in denen es geht, sind dann aber richtig schlecht. Denn das heißt, dass wenn der Vergleich noch gehen muss, dann heißt es, aus demselben Wert kommt auch derselbe verschlüsselte Wert raus. Und dann kann ich durchprobieren, wenn es ein diskretes Feld ist, wie zum Beispiel Datum oder Alter oder so. Also homomorphe Verschlüsselung, lasst euch das nicht andrehen. Das ist ein Forschungsfeld. Es kann sein, dass da irgendjemand irgendwann einen großartigen Durchbruch hat, aber ich würde nicht die Luft anhalten. Gut, also wir kriegen die Daten nicht verschlüsselt. Was machen wir denn dann? Vielleicht verschlüsseln wir halt den Key. War so eine Schnapsidee auf dem Weg. Gucken wir mal, bringt uns das weiter. Findet man gelegentlich in Anwendung irgendeine XOR-Scheiße, das ist natürlich nichts. Gut, aber jetzt nehmen wir mal nicht XOR, sondern AES. Und das ist halt auch nichts. Denn unsere Handnahme war ja, der Angreifer kann unser PHP hacken und unser PHP macht die Verschlüsselung. Der hat den Schlüssel. Hm, nicht gut. Okay, dann machen wir halt Public Key. Also ihr seht schon, man wird immer verzweifelt, da greift so nach Strohhalm. Machen wir halt Public Key. Und das ist halt auch nichts, wenn der Name irgendwie ratbar ist. Und der ist im Allgemeinen ratbar, weil auch die E-Mail-Adresse in den Daten drin steht. Und die Daten haben wir ja nicht verschlüsselt, wenn ihr euch erinnert. Und im Allgemeinen kann man den Namen auch raten. Viele Angriffe sind gerichtet auf eine bestimmte Person, dann kann ich raten. Gut. Ist auch nicht gut. Ja, also man kann sich da Sachen überlegen. Mit irgendwelchen Tokens gehe ich gleich noch ins Detail. Aber im Allgemeinen hat man dann so einen Schutz, der aber niemanden wirklich abhält. So, Krypto sieht nicht wie die Lösung aus. War so vor zehn Jahren mein Ergebnis. Brauchen wir was anderes. Und dann dachte ich, okay, was machen wir denn mit der Zugriffskontrolle? Können wir die nicht komplett wegdelegieren? Ja, dass ich sowas mache, wie der User meldet sich an und das wird aber durchgeschleift bis zur Datenbank. Und dann gibt es eine Verbindung zur Datenbank, die angemeldet ist als der User und die kann dann auch nur das tun, was der User machen darf. Das klingt gut. Aber das geht halt auch durch Apache und PHP durch und die können mitlesen. Die sehen dann also die Credentials. Das ist nicht gut. Immer noch in der TCB haben wir nicht viel gewonnen. Da haben wir wieder so einen Schutz aufgebaut. Gut, aber da können wir vielleicht mit Krypto was machen. Vielleicht haben wir sowas wie ein Geheimnis pro User in der Datenbank und dann haben wir irgendwelches Hashing im Browser und da kommt dann ein Token raus und dann sehen leider die Web-Server und das PHP immer noch das Token. Also das ist auch nicht gut. Ich habe da so einen Mechanismus. Ich sammle diese Art von Bildern, wenn ihr da welche habt, die ich noch nicht verbaut habe. Gut, also aber da kann Krypto auch eine Lösung. Wir machen Challenge-Response zur Datenbank. Challenge-Response ist total super. Aber das Token, was aus dem Challenge-Response rauskommt, geht ja immer noch vorbei an dem PHP und dem Apache und die können dann andere Sachen damit machen. Ist nicht gut. Haben wir immer noch nichts gewonnen. Gut, aber vielleicht machen wir pro HTTP-Request Challenge-Response. Ja, das geht langsam in so ein Territorium, was richtig teuer ist von der Compute-Last. Aber wir denken es mal theoretisch durch. Wir machen jetzt pro Request einen Challenge-Response und da geht dann der Back-Button mit kaputt. Man müsste in das Token dann einbauen, um welchen Request es als nächstes geht oder so oder eine laufende Nummer, die hoch geht oder sowas. Und das hilft auch noch nichts. Okay, noch mehr Krypto. Jetzt machen wir einen Thick-Client, da ist gar kein HTTP für HTML mehr dazwischen, sondern ist alles eine JavaScript-App. Und da können wir aber pro Request einen Challenge-Response machen. So, das ist eine gute Idee, das klingt schon mal gut. Wenn wir jetzt einen Hash von dem Request als Teil des Tokens nehmen, können wir auch verhindern, dass es jemand in der Mitte für was anderes benutzt. Ja? Super. Nicht so gut, denn da wird ja immer noch vom Apache ausgeliefert, der Thick-Client. Der kann also auch einen bösen Client ausliefern, der andere Dinge tut. Apache ist immer noch in der TCB. Und die Datenbanken, die es da draußen so gibt, die können gar keinen Challenge-Response. Da bräuchte man also so einen Proxy davor und den würde man wahrscheinlich in PHP implementieren. PHP ist immer noch in der TCB. Es könnte sein, dass wir was gewonnen haben, wenn die Komplexität gesunken ist. Ist sie aber im Allgemeinen nicht. Also ich habe schon Leute gesehen, die das versucht haben umzusetzen. Da war dann so eine dicke JVM mit ein paar Microservices drin. Unterm Strich muss man sich fragen, ob das insgesamt vielleicht der falsche Ansatz ist. Ja? Vielleicht muss man die Perspektive irgendwie ändern, da anders drauf gucken. Und das probieren wir jetzt mal. Wir gucken jetzt mal auf Server, nicht auf Software. Das ist hier sozusagen der Weg, den eine Anfrage geht. Kommt von außen am Router vorbei, Load Balancer, TLS Endpunkt, Switches, dann erst Apache, PHP, Java Middleware oder PHP von mir aus, was weiß ich, ob man das jetzt braucht oder nicht, Datenbank. Was ist denn davon in der TCB? Na alles, was unverschlüsselte Daten sieht. Also fast alles. Vielleicht ist das die falsche Perspektive. Wir überlegen uns mal, wo haben wir denn jetzt genau die Sorgen vor? Dass jemand Daten sieht? Ne, dass jemand Daten von jemand anderem sieht. Na, jetzt habe ich ein bisschen übersprungen. So, vielleicht können wir da ansetzen. Und da kommt dann der Hoffnungsschimmer. Es ist immer noch eine hohe Compute-Last, was ich hier vorschlage, aber wir kommen zumindest dem Ziel näher. Was ist denn, wenn wir einen Prozess pro User haben? Also auf Serverseite jetzt. Und da spalten wir mal so die unwichtigen Teile wie UI ab und machen den Prozess kurzlebig. Warum kurzlebig? Der könnte sich im RAM einfach Dinge merken und dem nächsten User mitgeben. Deswegen muss der Prozess sterben, wenn der User fertig ist und darf nicht irgendwie rumgammeln. Und dann können wir dem Prozess noch verbieten, dass er Sachen in die Datenbank oder ins File-System schreibt und dann haben wir effektiv verhindert, dass der mit Daten, die er gesehen hat, irgendwas Böses tut. Ja, das ist das Ziel. Da gibt es jetzt verschiedene Varianten, wie man diese Isolation in der Praxis machen kann. Zum Beispiel kann man temporäre UIDs vergeben. Das war ein Vorschlag, den ich mal gesehen habe. Persistenz verbieten. Ich habe schon gesagt, das ist ein bisschen schwieriger, als man denkt aufs Erste. Aber so typische Sachen hat man ja eh verboten. Ausgehende Verbindungen zum Beispiel muss das Backend nicht machen müssen ins Internet normalerweise. Außer man hat irgendwelche Cloud-Integrationen. Aber so für die Sachen, die man erreichen wollte, wie zum Beispiel, dass der nirgendwo hinschreiben darf. Da gibt es fertige Technologie, Cloud-Technologien, Container-Technologien, die können das. Das ist eigentlich ein gelöstes Problem. Und wenn ich dann noch einen Datenmanager pro Web-User habe, dann bin ich auch SQL-Injection los. Das klingt wie ein Totalgewinn, noch nicht ganz. Aber wir haben schon echt was erreicht. Das meiste, was wir erreicht haben, liegt daran, dass wir TLS jetzt im Presentation-Layer terminieren. Wir haben jetzt nicht mehr oben einen Node-Balancer der TLS terminiert, sondern das macht der Apache. Damit sind oben die Switches im Node-Balancer raus. Aber der große Teil, den wir erreicht haben, ist das Presentation-Layer in der Mitte. Das ist nämlich der meiste Code, den wir geschrieben haben. Wo wir realistisch davon ausgehen müssen, dass da das größte Risiko ist. So, wir haben jetzt einen Fortschritt. Zum ersten Mal. Der Silberstreife am Horizont. Der ist jetzt noch nicht so groß, wie man sich vielleicht gewünscht hätte. So ein Bug in unseren Komponenten bringt uns immer noch um. Aber immerhin, die Richtung stimmt schon mal. Ich finde ja immer, Laufen ist richtig, solange es in die richtige Richtung geht. Ob man jetzt schnell oder langsam läuft, das ist nicht so wichtig, wie das die Richtung stimmt. So, jetzt kennen wir die Richtung. Jetzt gehen wir mal in die Richtung weiter. Was kann man machen? Sandboxing ist das Stichwort. Sandboxing wird normalerweise benutzt, um irgendwie Software einzusperren, der man nicht traut. Also Fremdsoftware. Das anzuwenden auf eigene Software, der man nicht traut, weil man glaubt, man könnte gehackt werden, ist eine relativ neue Sache. Das ist vor allem durch Webbrowser populär geworden. Chrome hat es seit einer Weile, Internet Explorer hat es seit einer Weile, Firefox macht es auch. Inzwischen gibt es auch Adobe Reader und sogar der Antivirus von Microsoft macht jetzt selbst Sandboxing. Das ist ein guter Trend aus meiner Sicht. Also hier so Oldschool-Unix-Sachen, was man machen kann. Es gibt wie gesagt neuere Technologien, da habe ich auch schon mal einen Vortrag drüber gehalten. Das kann man googeln. Das sind die Techniken, die zum Beispiel Docker intern benutzt. Oder von mir, das kann man auch irgendwelche VM-Isolationen nehmen. Wie man das am Ende macht, ist egal. Man muss nur erreichen, dass so Schreibzugriffe verboten werden. Das Problem mit häufigen, wenn man so Regeln vergibt, zum Beispiel mit SE-Linux, muss man Regeln vergeben, was die Anwendung machen darf und was nicht. Und wenn das jetzt der Admin machen muss, ist der im Normalfall überfordert. Der kann es gar nicht beurteilen, was die Anwendung machen können muss und was nicht. Und was man normalerweise macht, ist ein Training-Mode. Also man lässt es laufen und guckt, was er gemacht hat und sagt, das ist jetzt die Baseline. Und da fallen aber alle Fehlerpfade im Code nicht rein, die halt nicht aufgetreten sind. Daher ist das aus meiner Sicht nicht gut. Und ich schlage stattdessen vor, dass sich die Prozesse selbst Sandboxen. Das heißt, der Programmierer, der das schreibt, der kann beurteilen, was das Ding können muss und was nicht. Der sollte auch die Aufgabe haben, Sandbox-Regeln zu definieren. Und der kann sie auch gleich installieren im System. Ich glaube, das ist der richtige Weg. So macht Chrome das. Da konfiguriert man ja auch nichts von außen. Oder Firefox. Der sperrt sich halt selbst ein. Die Idee, wie sowas abläuft, ich paraphrasiere das jetzt natürlich, da gibt es schöne APIs für. Aber man sagt im Wesentlichen sowas wie, ab jetzt muss ich nie wieder ein anderes Programm ausführen. Wenn ich es doch tue, bin ich gehackt worden. Und jemand will eine Shell poppen. Und dann sagt man dem Körnel, wenn ich es versuche, erschieß mich. So funktionieren diese APIs. So, und wenn man das benutzt, hat man aber alle Werkzeuge zusammen für das, was wir haben wollten am Anfang. Wir sind immer noch bei der TCP-Minimierung. Wir können jetzt eine Komponente bauen, die nicht in der Lage ist, Daten irgendwo hinzuloggen, die nicht in die Datenbank schreiben darf und die abgeschossen wird, wenn der User fertig ist. Das ist super. Das heißt, dem Code daran müssen wir nicht mehr vertrauen. Selbst wenn gehackt wird und der irgendwas mitliest, liest der nur mit, was er sehen kann und weil der Prozess gestoppt wird, wenn der User fertig ist, kann er nur sehen, was er selbst eingegeben hat und das kann er nicht haben. Häufig haben wir aber irgendwelche Monolithen in der Software, die so viel machen, dass es gar nicht möglich ist, sowas wie Schreiben generell zu verbieten. Zum Beispiel haben wir hier einen Webserver. Der Webserver muss natürlich Dateien öffnen können, der soll sie ja ausliefern. Der Webserver muss Verbindungen annehmen können. Offensichtlich, denn da kommen die Kunden drüber rein, der muss vielleicht Verbindungen initiieren können, wenn er sowas wie Fast CGI macht oder vielleicht einen Proxy-Mode. Und der muss ins Dateisystem schreiben können, damit er loggen kann. Alles davon wird gebraucht, offensichtlich. Aber vielleicht kann man da ein bisschen so mit der Axt rangehen. Und das versuchen wir jetzt mal. Der erste Schritt ist, der Webserver schreibt die Logs nicht mehr ins Filesystem, sondern auf Standard-Out raus. ganz primitive Transaktionen, die wir hier machen. Und Standard-Out ist halt nicht ein Terminal, sondern eine Pipe zum Logging-Programm und der schreibt ins Filesystem. Da gibt es fertige Tools für. So, was haben wir erreicht? 25% Fortschritt. Jetzt können wir nämlich den Rest von dem Webserver verbieten, irgendwo hinzuschreiben. Und auf die Art kann man weitergehen. Wir machen das jetzt mal weiter. Und zwar ist die Idee, einen kleinen Broker-Prozess abzuforken und alle gefährlichen Transaktionen durch diesen Prozess gehen zu lassen. Dem Hauptprozess verbieten wir alles, außer mit dem Broker zu reden. Die gesamte komplexe Logik ist dann im Hauptprozess. Wenn der jetzt eine Datei öffnen will, dann muss er zum Broker gehen und der Broker ist hoffentlich sehr klein und gut auditierbar. Also wir sparen nicht wirklich Komplexität, aber wir isolieren den Teil, dem wir vertrauen müssen, also die TCB, auf den Broker ist die Idee. Und der kann hoffentlich klein sein. So, also unter Unix, ich beschreibe jetzt hier nur Unix und unter Unix. Unter Windows gibt es natürlich ähnliche Verfahren. Es ist nur ein bisschen schwieriger unter Windows das Handboxing zu machen, weil es viel mehr APIs gibt und das Handboxing-Zeug ist noch nicht so auf User-Benutzung ausgelegt. Da würde ich eben empfehlen, das nicht von Hand zu machen, sondern von Chrome die Sandbox zu nehmen, die ist oben zuhause. Aber vom Prinzip her läuft das so, dass man halt zu dem Broker geht über den Unix-Domain-Socket und sagt, ich möchte jetzt gern, User möchte gern in Downloads folgende Datei speichern und dann sagt der Broker alles klar und der Broker hat vorher geguckt, ob da nicht zum Beispiel .ssh slash irgendwie Private Key gelesen werden soll. Diese Art von Zugriffsschutz würde man im Broker machen. So, das hat natürlich Nachteile, unter anderem kostet das IPC-Zeug Performance, aber da wir heutzutage alle irgendwelche Cores rumfliegen haben, die gerade nicht in Benutzung sind, ist das eigentlich in der Praxis kein Problem. Wenn man allerdings so etwas wie einen Web-Server hat, der tatsächlich die ganze Zeit Dateien öffnet, ist es wahrscheinlich effektiver, wenn man dem einen kleinen gemounteten Subtree im File-System einfach fertig stellt, wo nur das drin liegt, was er sehen darf. So, und jetzt können wir alles verbieten, außer dem, was wir erlauben wollen. Und das ist halt so etwas wie 5% von dem Gesamtumfang, den so ein Betriebssystem als API anbietet. So, das ist ja so ein bisschen Zusammenfassung. Der Broker bleibt die ganze Zeit in der TCB. Also den sparen wir nicht. Wir kriegen nicht eine TCB von Null hin. Aber der neue Stand sieht schon sehr gut aus. Unser Web-Server, der Teil, dem wir trauen müssen, die TCB, ist jetzt auf unter 10% gesunken. Wenn man das mal so richtig durchziehen würde, könnte man echt was reißen, ist mein Eindruck. Ich glaube, da wird es auch hingehen die nächsten Jahre. So, der schwarze Teil wird immer kleiner hier. Und ich finde, das ist ein gutes Ergebnis. Ich habe hier mal ein schönes Bild zusammengesucht. Ja, viel von Security ist entweder Theater oder so, oh mein Gott, wir werden alle sterben. Das ist so die eine Sache, die ich gefunden habe, von der ich glaube, da können wir wirklich was reißen. Um Stoff her bin ich weitgehend durch. Jetzt noch ein bisschen Zusammenfassung. TCB ist relativ so ein Szenario, das habe ich ja schon gesagt. Aber für die meisten Szenarien kann man was reißen mit verschiedenen Methoden. SQL Injection kann man relativ weitgehend killen mit dem Trennen und dem Durchreichen der Authentisierung an die Datenbank. Ein älteres Konzept war validierende Proxys, da würde ich heute von abraten, weil so ein Proxy auch eine hohe Komplexität hat, die in vielen Fällen genauso hoch oder höher ist als das, was man schützen will. Aber es ist eine Sache, die man machen kann, wenn man es schafft, es irgendwie deklarativ zu machen oder in der funktionalen Sprache oder keine Ahnung, kann das immer noch gut sein. Also SQL Injection kann man bearbeiten, da können Apache und PHP raus. Cross-Site Scripting kann man bearbeiten, indem man Apache ein paar Header ausliefern lässt, die sind hoffentlich wohl dokumentiert und bekannt. Dann kann das PHP aus der TCB, der Apache aber noch nicht, weil der muss ja die Header setzen. aber immerhin. Für Dateisystem und Netzwerkzugriffe kann man mit dem Broker-Konzept eine Menge reißen und aus meiner Sicht wäre das ein Riesengewinn, wenn wir das mal alle machen würden. Das ist natürlich immer so famous last words in der Security. Wir müssten nur alle ab morgen. Aber ich glaube, das ist eine Sache, über die wir mal zumindest mehr reden müssen, warum wir das nicht tun. Denn es wird ja wirklich eine Menge Geld für Security ausgegeben. Nur halt nicht in Dinge, die was bringen, sondern in so Heizlüfter-Appliances, die dann rumstehen und Logs generieren, die keiner liest. So, und eine Sache, die ich häufig beobachtet habe, ist, dass Leute erst ihre Anwendungen designen und schreiben und dann sauer sind, dass Betriebssystem ihnen nicht genug hilft. Und das ist eine Sache, oder das Framework von mir aus. Das ist eine Sache, die man häufig beobachten kann. Und so rum funktioniert das nicht. Man kann nicht nachträglich einen Broker einbauen und dann wird alles gut. Also man kann es, aber es ist sehr schmerzhaft. Ja, die Mozilla-Leute haben das gemacht bei Firefox. Den Code könnt ihr euch mal angucken. Das würde ich nicht empfehlen. Lieber von vorne reingucken, ob man nicht die Architektur von seiner Software so entwerfen kann, dass sie die existierenden Mittel nutzt. Und so kann man relativ schnell relativ wenig Schmerzen viel erreichen. Die kurzlebigen Prozesse haben den Seiteneffekt, dass man auch kein Memory League mehr hat. Ja, ich kann zusätzlich auch noch ein Limit setzen, wie viel RAM ein einzelner Prozess fressen darf. Also es hat eigentlich kaum Nachteile. Und da sind wir dann so ein bisschen, wo wir gestartet haben. Irgendwelche Acker mögen immer irgendwas hacken können, aber die Zuverlässigkeit und Sicherheit des neuen Personalausweses steht nicht in Frage. Da wollen wir hin. Gut, wenn es noch Fragen gibt, ist jetzt die Gelegenheit. Ich habe ein bisschen durchgaloppiert, weil wir verspätet angefangen haben. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu schnell. Fragen ansonsten auch gerne per E-Mail. Danke. Dankeschön. Das Video hat mich erinnert an den Cyber, Cyber, Cyber Song. Falls den wir kennen. Dann zuerst Frage. Ist die Tatsache, dass du weder PHP noch MySQL bei deinem Blog verwendest, das Resultat aus den Erkenntnissen? Nee, das war schon vorher. Also die Erkenntnis, dass man, wenn man eine Aussage treffen können will über die Software, dass man sie dann klein halten muss, die ist so eine relativ frühe Erkenntnis gewesen bei mir. Und da fallen PHP eigentlich schon direkt raus und Apache eigentlich auch. Ansonsten mache ich das eigentlich nicht, weil mir jetzt meine Sachen besser sind, sondern weil ich die halt selbst geschrieben habe. Also meine Softwareentwicklung funktioniert immer so, dass ich irgendwas mache und dann daraus Leidensdruck ableite, irgendwas anderes fertigzustellen. Und so werden bei mir Sachen fertig, dass ich halt irgendwie eine Software schreibe, die braucht dann halt einen Web-Server und dann wird halt der Web-Server fertig. Auch noch eine Frage, die, was leider gestellt wurde, können Containerlösungen wie Docker und so weiter helfen oder ist das auch eine dieser klassischen Druckschlüsse, die wir da gesehen haben? Also die Docker unterliegenden Technologien können auf jeden Fall helfen. Docker selbst würde ich inzwischen auch als zu groß und zu komplex ansehen. Es gab da einige Sicherheitslücken, die völlig unnötig waren, wo irgendein Control-Socket innerhalb der Container sichtbar war und darüber konnte man dann Dinge steuern und sowas darf nicht passieren. Wenn sowas einmal passiert, heißt es, dass die Leute beim Design nicht drüber nachgedacht haben und das ist für mich ein Zeichen, dass ich das generell nicht haben will. Aber die Technologie unterhalb von Docker wird ja auch für andere Container-Sachen benutzt. Die sehen auch alle nicht so richtig klein aus, da müsste vielleicht mal jemand was machen, aber ich halte den richtigen Weg auch eher, dass die Anwendung versucht, sich einzuklemmen, als dass man von außen irgendwelche Container-Sachen macht. Was man häufig beobachten kann in der Praxis ist, dass Leute sowas wie Docker und Microservices machen, aber dann irgendwie 50 Services in einer JVM, in einem Container und das bringt natürlich nichts. Die Idee ist, dass man die Isolation ausnutzt und das muss man dann auch tun. Also Docker selbst habe ich jetzt nicht angeguckt, weiß nicht, wie schlimm das ist, aber so der Blick von außen sieht nicht so gut aus. Und welche konkreten Möglichkeiten gibt es für Self-Sandboxing, zum Beispiel für Linux? Also die APIs, die es dafür gibt, das wichtigste API ist Seccom, das wird auch benutzt von Docker. Es gibt ein paar viel kleinere Tools als Docker für so Do-It-Yourself-Spielen mit Sandboxing, zum Beispiel FireJail, kann man ja mal googlen. Die kommen auch so mit Profilen für sowas wie Firefox, das ist der ursprüngliche Anwendungszweck gewesen. Inzwischen macht Firefox das auch nochmal selber. Was man zu diesen Container-Technologien noch sagen sollte, ist, dass die geschachtelt funktionieren. Also man kann mehrere Schichten haben, die den Zugriff verkleinern und die stehen sich da nicht im Wege. Das heißt, nur weil man jetzt Docker nicht mag, heißt es nicht, dass man auf Container verzichten muss. Und nur weil man jetzt FireJail einsetzt, heißt es nicht, dass man dann nicht auch noch einen Docker haben kann. Also da müsst ihr ein bisschen mit rumspielen. Aber das Ziel sollte immer sein, die Komplexität der Software, der man vertrauen muss, klein zu halten und Docker ist halt Teil der Komponenten, denen man da vertrauen müsste. Und das ist aus meiner Sicht ein bisschen zu groß geworden. Aber vielleicht muss das auch so groß sein, bei dem Umfang, Funktionsumfang. Ich habe jetzt auch keine Einsicht. Gut. Vielen Dank, Felix, dass du auch den weiten Weg auf dich genommen hast, zur Sec4F nach Wien zu kommen. Vielen Dank. Noch mal bitte einen Applaus für Felix von Leibniz. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.